Tja, grüßt euch meine Lieben. Normalerweise seid ihr es nicht gewohnt, dass ich einen Vlog mache. Heute gibt es aber eine Art Vlog. Ich bin mittlerweile ein bisschen mehr darin geübt, Vlogs zu machen. Das habe ich vorher auf diesem Channel gar nicht machen wollen. Aber jetzt gehen wir heute hier zur Gun Expo, also seine National Gun Show hier in Virginia. Das ist jetzt quasi wahrscheinlich eine der ersten Gun Shows, die in den USA wieder läuft. Ich weiß nicht, in wie vielen anderen Staaten bereits sowas wieder angefangen hat. Aber ich gehe jetzt heute hier rein und gucke mich mal ein bisschen um, was die hier so haben, was die hier so anbieten. Vielleicht sind jetzt ein paar Neuheiten dabei oder ist es einfach nur so ein reines Verkaufsding. Hier laufen nämlich die Leute tonnenweise raus mit Tüten und haben Zeug in der Hand. Ja, also ich gehe mal hier rein. Ich werde für euch ein bisschen was mitfilmen. Und dann hoffen wir mal, dass bald hier auf dem Channel auch mehr kommt. Ich bin gerade dabei, Dinge klar zu machen, dass wir hier regelmäßigen Content wieder haben. Ja, und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, tatsächlich, ja, Virginia, ich bin mittlerweile in den USA. Und deswegen kam auch einfach die letzte Zeit nichts mehr, weil ich hier so viel zu tun hatte mit Umzug etc. Ja, und jetzt geht es dann heute mal wieder los, ein bisschen mit Filmen für euch. So, gehen wir rein. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, Leute. Traurig. Ich wurde darauf hingewiesen, dass eigentlich das Film da drin verboten ist. Es standen aber keine Schilder da. Nirgendwo stand irgendwas. Deswegen habe ich leider aufgehört. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick geben, was hier so abgeht. Ich versuche noch ein paar Bilder reinzutun, die ich so gemacht habe. Viel konnte ich nicht tun. Ja, schade, weil es eigentlich eine ganz coole Expo ist. Es sind zwei kleine Hallen. Schöne Auswahl, tolle Waffen dort für gar nicht mal so viel Geld. Und ja, sobald ich es hinbekommen habe, hier quasi auch was zu kaufen, werde ich wiederkommen. Die Expo ist hier gleich noch drei oder vier Mal, also insgesamt dieses Jahr. Immer für ein ganzes Wochenende. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es zum nächsten Monat oder übernächsten Monat. Mal gucken mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich bald bis zum nächsten Mal auf Tactical Gunny Beard. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und so Zeug. Denn mittlerweile schon über 700 Abonnenten. Freut mich riesig. Leider aber durch die Unregelmäßigkeit der letzten Videos kommen nicht mehr so viele Aufrufe rüber. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Also vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.